Hallo, mein Name ist Christian Demel und ich berichte von der heutigen Personalratssitzung. Zu allem haben wir die Einführung neuer Rufdienste in der Virologie vorgelegt bekommen. Dazu haben wir allerdings noch einige Fragen und mussten deshalb die Maßnahmen erstmal beabsichtigt ablehnen. Zum anderen sind wir mit Geländetrupps ins Gelände von der Sitzung aus und heute unter anderem in den Bereich des Zentrallabors. Es gab gute Gespräche mit Kollegen. Vielen Dank dafür. Ein nächstes Thema wäre der Rosenmontag. Wir wissen ja, dass wir Rosenmontag frei haben und die, die an den Tag arbeiten, bekommen Ersatz tagfrei dafür. Für die Kollegen der Reinigungsfirma GSG war das bisher nicht so. Die Kolleginnen mussten Urlaub nehmen, wenn sie in Bereichen gereinigt haben, die an dem Tag geschlossen gewesen sind. Allerdings bekommen die jetzt neuerlich auch den Rosenmontag frei. Wir hatten dazu im Vorfeld mal nachgefragt und das Problem ist jetzt geklärt worden. Tschüss.